Freunde der Nacht, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Fotomove Lazy Lightroom. Auch heute werden wir wieder ein Bild aussuchen, bearbeiten. Wir werden kurz zumindest über Strategien sprechen. Ihr werdet live dabei sein und könnt gerne unseren Instagram-Account mit mir zusammen bevölkern und gestalten. In der letzten Folge hatte ich ein Bild bearbeitet von einer blonden jungen Dame und ich habe das nicht getan, was ich sonst immer am Schluss tue, nämlich den Vergleich gezeigt zwischen Vorher und Nachher. Das möchte ich auf jeden Fall jetzt als erstes nachholen, damit ihr den Unterschied dort nochmal sehen könntet. Da hat sich nämlich doch einiges geändert. Ich rufe das Bild nochmal auf und das ist ja das Schöne an Lightroom, egal wann man nochmal in die Bearbeitung einsteigt. Man kann immer die Bearbeitungsschritte, die letzten, noch einmal rückgängig machen. Das war das fertig bearbeitete Bild und das war das Bild, wie ihr es am Anfang gesehen habt. Der Ausschnitt hat sich hauptsächlich verändert und der Kontrastgehalt des Bildes, da drehe ich ja immer noch gerne dran. So, kommen wir aber zu einer neuen Auswahl und auch heute würde ich vorschlagen, dass wir nicht eines der Bilder nehmen, die sonst vielleicht üblich sind, sondern mal was anderes. Ich habe in anderem Zusammenhang dieses Bild schon mal vorgestellt und ich glaube, da ist tatsächlich auch gar nicht so viel dran zu tun und das ist dieses Feuerkreuz, zu dem ich vielleicht kurz die Geschichte erzählen muss. Es ist entstanden in der Osternacht in einer katholischen Kirche und in der Osternacht geht es ja symbolisch darum, dass das Licht, das Licht des Lebens, das Licht Gottes, das Licht des Herren auch wieder die Nacht des Lebens oder die Nacht erhellt. Und die hatten sich das jetzt halt sehr schön ausgedacht und haben ein stählernes Kreuz eben tatsächlich von einem Schmied rotglühend erhitzen lassen und dieses rotglühende, dadurch auch wirklich unglaublich wärmeausstrahlende, helle Kreuz dann nachher gemeinsam in die Kirche getragen. Und hier sehen wir halt die Vorbereitung, also das Kreuz auf der Kohle, das da gerade zum Glühen gebracht wird. Ein wunderbarer Moment tatsächlich in Wirklichkeit, aber ich mag eben auch dieses Foto, war fotografisch jetzt nicht ganz so einfach, weil das kann jetzt eine normale Belichtungsmessung nicht mehr immer ganz so korrekt leisten. Da musste man ein bisschen nachjustieren. Ja, hier würde ich, wie gesagt, mal gar nicht viel dran verändern. Auch das kann ja mal passieren, dass ein Bild aus der Kamera kommt und da gibt es eben gar nicht mehr viel dran zu tun. Ich würde hier ein bisschen versuchen, wir versuchen einfach mal, weil es entstehen manchmal so Änderungen, von denen man nicht denkt, dass sie notwendig sind, aber dann sind sie doch ganz gut. Auch an der Temperatur nochmal ein wenig zu regeln, nur um zu schauen, ob wir das Kreuz noch mehr glühen lassen können und das können wir und ich finde das gar nicht schlecht. Wenn wir ein wenig mehr Gelb in das Bild geben, wird das Glühen noch deutlich intensiver. Den Kontrast müssen wir hier aber, glaube ich, nicht deutlich erhöhen. Vielleicht einen kleinen Ticken, so und was ich dann noch tun würde, ja, man könnte diesen Strich hier hinten rechts wegretuschieren. Das würde ich aber für übertrieben halten. Was wir aber machen können, ist die E, ja sich abzeichnende Wignette, noch ein wenig verstärken, dass sich das Bild noch etwas mehr auf die Mitte zentriert. So, dann verschwindet nämlich auch der Strich, den wir hier oben rechts am Rand sehen, nochmal deutlich mehr. Also ich finde, das würde an Bearbeitung schon erreichen. Wir sehen hier mal ausnahmsweise auf der linken Seite ganz wenige Bearbeitungsschritte. Ich schalte nochmal zurück, ohne Bearbeitung, auch schon feurig, mit Bearbeitung nochmal glühender. So, schauen wir es nochmal in der Bibliothek an. Ich glaube, das ist ein Foto, das auf jeden Fall ein Hingucker ist und bei dem viele Leute sagen werden, wow, also so ein Wow-Foto. Ich bin ein bisschen gespannt, ob die Symbolik, also das christliche Symbol bei allen gut ankommen wird. Das kann man ja leider nicht mehr so wissen, sobald man was macht, was mit Religion und Glauben zu tun hat, egal aus welcher Richtung, versteht mich richtig. Da können Dinge ja auch manchmal kritisch aufgefasst werden. Aber ich glaube nicht, ich habe, und das ist auch mal so ein Hinweis für euch, ich habe Instagram tatsächlich als viel angenehmer, was solche Dinge angeht. Auch was das Auftreten von Trollen angeht und von fanatischen Menschen, die irgendeine Meinung vertreten wollen, habe ich da Instagram immer als sehr verträglich erlebt. Ganz, ganz selten sind mir da Sachen passiert, die einem ja auf Facebook oder in anderen Diskussionsgruppen heute wirklich jeden Tag begegnen. Ich finde, dass Verschwendung von Lebenszeit und ganz, ganz fürchterlich diese Unart, die sich da eingeschlichen hat, jedem seine Meinungen völlig unhöflich und unkommentiert, um die Ohren zu hauen, intolerant zu sein. Aber das ist ein anderes Thema, dafür sind wir hier heute nicht zusammengekommen. Ich freue mich, wenn ihr morgen wieder dabei seid. Folgt dem Kanal und folgt natürlich auch dem Instagram-Account. Ich habe es hier unten eingeblendet unter axel-j-scherer, findet ihr mich dort. Verfolgt ein bisschen mit, was wir aussuchen und ja, wie immer, haltet die Ohren steif und bleibt mir gewogen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.